Sind die echt aus dem Haus rausgekommen? Das ist ja ne Frechheit. Hm. Wie doof. Und wir müssen uns immer noch dadurch bewegen. Okay. Okay. Okay, das ist wieder so ein Dings, was wir in unser Radio packen können, glaube ich. Wo wir dann wieder so ein bisschen Hintergrund-Story erfahren. Oh Mann, ey. Ah, hier ist, da, da, dahinter war doch der Junge. Nein, wir sind kein Pussy, wir speichern jetzt nicht. So. Okay. Da kommen wir schon mal. Ja, da sind wir ja letztens schon hingeblieben. Also müssen wir mal in die Richtung. Oh Mann. Nimmt das eigentlich irgendeinen Einfluss, wie schnell wir hier lang rennen? Also wenn wir schneller sind, kommt weniger? Oder ist das, ähm, 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 ortsabhängig? Also dass, wenn wir den Ort erreicht haben, dann kommt da Geister oder wie auch immer. Ach, kacke. Speicherpunkt. Oh, da hinten sind wieder die ganzen Schmetterlinge. Schmetterlinge, Schmetterlinge. Okay, wir haben das letzte Stück. Geh weg, lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Oh Mann, ey. Los, noch mal. Jetzt aber. Ja. Geschafft. Was ist das jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Dann sind wir hier um zu. Ich habe schon gesehen. Was macht denn das jetzt nicht? Ja, jetzt, jetzt, natürlich, natürlich, ah! Menü, 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 menü! Menü, menü! Oh Gott. Machen wir uns noch mehr. Oh Scheiße. Ein bisschen aus der Reichweite. So. Warum machen wir nur so wenig Schaden? Mh. Ah. 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 Stirb doch endlich. Du bist auch begeistert. Ah. Und du stirb auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann ey. Du bist aber gut hier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Das war so klar, dass ich mich nochmal abwischen muss. Ich verstehe nicht, warum die mich töten wollen. So. Tot. Noch irgendwer ohne Farschal? Schau mal nicht. Geh weg. Blöd, Männer. Noch. Schnell zum Speicherpunkt. Gut. Aber jetzt lohnt es sich auch wieder. Speichern. So. Save game. Ja. Okay. Und weiter geht's. Super. Okay. War es nicht hier unten oder so, wo es denn weiter ging? Scheiße, 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 scheiße. Ja, jetzt lass uns da durch. Toll. Ja, die können wir gut gebrauchen. Ich will da nicht mehr. Ich will da nicht mehr. Sieht aus wie ein Herrenhaus oder sowas. Ja, ja, it hurts. Ah. Können wir sie befreien? Scheinbar. Bildschirm schwarz. Hilfe. Was passiert denn jetzt? Oh. Hand! Wir haben ihr doch geholfen. Warum denn das jetzt? Ja, da hat's aber halt gerade gehackt jetzt. So. Was ist denn jetzt kaputt? Ach man, der Rechner hat momentan so eine Schwierigkeiten. Also zum einen natürlich mit dem Internet, was ja zeitweise überhaupt nicht mehr funktioniert. Oh, da ist er. Ähm. Dann kann ich mein Renderprogramm gar nicht mehr benutzen. Also das heißt, alles was ich hier mache, wird dann erst mal auf einen anderen PC gepackt, dort gerendert und dort auch hochgeladen. Weil es anders gar nicht möglich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Also, ja, wir werden den wahrscheinlich, äh, weggehen, dass sich da mal jemand mit Ahnung ransetzt. Ja, das ist halt auch der Grund, warum ich dann, ähm, irgendwann echt, jetzt war schon kaum noch Lust hatte, weil es halt so tierisch kompliziert war. Und dieses Hacken, das geht mir auch total auf den Nerven. So. Damit hätten wir dann die komische Frau. Äh. Oh. Da liegt was auf dem Baunen. Ja, ja. Jetzt können wir uns ihre Geschichte anhören. Aber wir haben keine Zeit. Ich muss weitermachen. Ich muss weiterkommen. Ich hab so viel Zeit verloren. Ich würde sagen, das hören wir uns irgendwann mal an. Wenn das nicht alles so tierisch spannend und aufregend ist. Ah. Ich hoffe, da können wir jetzt schon rein. Okay. Okay. Jetzt ist es weg. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Speichern. Na klar. Na klar. So. Ja. Weiter geht's. Da rein, ja. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Er hat die Beine in die Hand genommen und wäre gerannt. Ganz weit weg. Wenn mir das passiert. Geh doch nicht da rein. Ah! Geh doch nicht da rein. Angst. Ja, jetzt geht auch noch die Taschenlampe aus. Das ist ja bloß alles Würfe voller Geister. Oh nein. Hier waren doch überall Geister. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch genau gesehen. Ich hab's doch genau gesehen. Ich hab's doch genau gesehen. Wer ist zurückgekommen? Scheiße. Scheiße. Ich will doch nicht rein.